als jemand, der wirklich schon sehr lange dabei ist. Es gibt einen inneren Kreis, die sehr vertraut miteinander sind. Da bin auch ich Bestandteil davon. Ein Thomas Schmid war es nicht und ist es nicht. Der Thomas Schmid war schon bei Elisabeth Gera im Kabinett. Macht es nicht, darfst du nicht vor dem Bus, ich halte das für illoyal. Nein, aber bitte, ich habe jetzt zugehört und ich glaube, das gebührt der Respekt, dass ich das jetzt ausführe. Dass da Nachrichten geschrieben worden sind, das ist äußerst unangenehm.